Ah! 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 Scheiße, ich bin mit meinem Ding gegen mein Ding gekommen. Echt, mit meinem... Okay, warte, ich sag euch jetzt mal den Plan für heute, okay? Wir sind auf meinem RTG-Account-Chat. RTG-Accounts sind aktuell so aus, Chat, ne? Also ihr wisst, RTG-Account keinen einzigen Cent reingesteckt, ne? Das ist wirklich nur gespielt. Weekend-League-Rand 3, Weekend-League-Rods. Und Weekend-League-Rand 3 war auch noch so das Schlechtere, ne? Also ihr hättet auch locker 18-Säge, glaub ich, rum können. Wir gehen rein, Chat, okay? So, der Evo, der Rest ist top, ja, ja. So, rein da. Oh, Pajol. Oh, Pajol 87, Chat, was sagt ihr? Okay, warte, nächste Karte. Komm, komm. Oder nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich nehme Stones mit einfach, Bruder, weil er einen dicken Duran in seine Tasche hattet. Oh, mein Gott, Bruder. Guck mal, Weekend-League aktuell lohnt sich wirklich, Chat. Guckt euch das an, nächster Pick. Guckt bitte selber. Guckt selber. Oh, mein Gott. Bruder. Kampagne-Mixen-E-Pack. Wo sind die L-Packs? Das sind L-Packs, wir gehen rein. L, Ubonucci. Ja, ja, ja. Bruder, es ist die ganze Zeit dasselbe Chat, ne? Langsam Chat, Dega. Ey, langsam. Bruder, du, Schiwache. Geh auch, Rette. Geh auch, Rette. Warte, die Kampagne-Pack nochmal. Prayblazer. Ui. Bruder, der Rapper Dante, ein Fertiger. So. Oh, wartet. Oh, das ist Oedigard. Oedigard, Doppelwalker mit Mondi Chat. Guckt's euch an, Digga, der ekelhafte. Ey, Bruder, Chat. Ey, das ist jetzt egal, Chat, Zeit, Kohle. Ich kotze jedes Mal, du wolltest die Spieler zählen, weil ich schweiß, ey, gibt nur Mondi, Bruder, die geben nix anderes. Bruder, die geben nix anderes. Das ist immer Mondi. So, Jumbo-Selten im Chat, komm. Jumbo-Selten im Chat. Das ist das? Schüler? Ja. Ja. Oh, ja. Workout. Chat, wir brauchen Futter für Eik-Gepäck. Eik, ihr wisst selber. Lieber eine UV-Liste bauen? Bruder, ich kann keine UV-Listen. Das ist das Problem. Also, was UV angeht, ich bin da komplett raus. Ich hab keine Ahnung, an was ich mich orientieren muss und so ein Ding. Horren! Oder Horren, 36, crazy Name, immer noch, sag ich, wie es ist, ey. Sieht in den besten Chat, muss man sich nicht viel schämen. Weißt das? Trend Chat. Hier ist Sim. Trend ist Sim. Doppelwalkout-Chat. Doppelwalkout-Trend-Chat. Guckt selber. Rated. Rated. Oh, McGill. So, wir gehen in für manchmal zwei Trade rein. England, RV, safe. Oh, Saka oder Meat. Ne, ist sogar Meat, Digga, weil Saka hat Inform. E-W-Walkout, oha. Ach, Digga, Lautaro-Martiniz. Ich geh hier rein. Ach, Digga. Spanien-Puterat vielleicht. Ist Parejo, 100%. Es ist immer Parejo, Bruder. Es ist immer Parejo. Immer Villarreal. Doppelwalkout-Aba. Mit. Kevin! Oha! De Bruit. We take that, Bro. Du ziehst eh nichts. Doch, Chat. Ihr müsst trusten, Digga, Bruder. Trust doch einfach. Einmal trusten. Einmal trusten. Erste Karte. Offensiv. Icon. Oh. Groß, groß. Ah, Trend. Zweite Karte. Torwart. Oh mein Gott. Dritte Karte. Oh mein Gott. Ach, Bro. Weißt du was? Scheiß drauf, Digga. Mach mal drei Trade rein. Komm. Bro, ja, keine solche Karte, Chat. Bei Werde. Bei Werde. Wie viel kostet der? Wie viel kostet bei Werde? Nein, nein, nein. Sag mir noch, ein Kuss 100k. Bitte sag mir noch, ein Kuss 100k. 80k. Er ist gut, ist gut. Er ist gut zum Coins, Digga. Na, endlich noch lange um eine Karte, die wieder was wert ist. Er kostet 80, Chat. So, sieh mal zwei. Oedegaard wieder. Oedegaard, Doppel-Walkort. Mit wem? Zeig her, Bruder. Zeig. Zeig. Ach, du Scheißer. Bruder, Modric. Modric. Lass mich gucken, Chat. Oh. Er ist Futter, Bruno. 89er Bruno ist forder. Er ist per. Boah, was? Was? Ein Pick, aber Chat, ne? Wir gehen rein. Drei. Zwei. Eins. Bruder, keine Special-Karte, Chat. Bruder, keine Special-Karte. Kein Special. Walk-out wenigstens. Ja. Ey, bitte ein In vom Dahinter. Nein, ich muss kaufen. Ich muss doch kaufen, Chat. Der ist gewünschtes Profi-Packer auch weg. Oh, hier ist einer dritte wieder. Brasilien. Sturm. Rivaldinio. Ja, wie viel kostet der Chat? Er kostet eh 10k maximal. Ja, Bruder. Nice. Er kostet wirklich genau 10k, Digga. Trash mal 20 Chats. Ich gehe rein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Barrella. Ey, nicht mal eine Special-Karte, Chat. Boah, ich bin gescannt, Bruder. Oh, Inform, aber Chat. Nein, Ws. Inform hat so viel gicarried. Ja. Dynastie. Dynastie. Stürmer, Hard-On-Flecht. Ach, Digga. Braut oder so. Ah. Braut, Brunes. Ja, Chat. Das Ding ist durch. I'm back, sorry. Sorry. Hallo. Ich mache ein Rouletchen. Wales, erste Icon. Rush. Ist es nicht. Tschechien. Ukraine. Wales ist weg. Ungarn. Okay. Wir gehen rein. Scheiß drauf. Ah, ist es nicht. 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 So, ich habe es schon. Schweden ist es auch nicht. Und Serbien ist es auch nicht. Wir machen weiter, Digga. Russland. Ist es nicht. Rumänien ist es nicht. Irland. Oder ist es auch nicht. Irland. Nord-Iland ist es auch nicht. Und wir gehen zu Mexiko. Ah, bis L, Bruder. Japan. Sabah wäre gut, Digga. Für Iwobi im Mittelfeld. Ach, Mann, Digga. Ey, Sabah gut. Ich habe Sabah diesmal gespielt. Keine Ahnung, wie die ist. Kamarun. Kann weg. Ja, ist gut. Okay. Kroatien. So, okay. D bis G. Boah. Dänemark kann ein Soka. Dänemark ist immer so ein Kaputtmacher. Ah, kein Dänemark, Bruder. Ja, danke schön. Ey, mein Kostüm, wie geht rein? No, Drogba. Ghana. No, Ghana. Wobei, es ist eigentlich geil, wer? Ach Gott, shit. Ihr wisst selber, warum. Kockenzen. Und Bulgi. Auch nichts. Bruder, ist mir stärker geworden, Digga, was das Roulette angeht. Wir gehen erst bei Argentinien, okay? Weil viele Leute machen Auge und die sagen, wir rollen, Bruder. Ich kann das nicht. Nein. Nein. Kein Argentinien, Chat. Kein Argentinien. Oh, ja. Lass mich bitte, Chat. Verteidigung. Campbell, Bobby Moore, Ferdinand. Oh, ja. Mittelfeld. Oh, mein Gott. Sturm, Chat, Klinika. Heizwan, England. Ja, kein England. Italien. Oh, Bruder. Obwohl, wir gehen erst mal Sturm. Ab hier schon. Mittelfeld. Kenca, Tuso. Bruder. Maldini, Calabaro, Baresi, Nesta, Heizan, Botta. Bruder, fünf Icons. Ja. Ja. Fünf Icons, Chat. Spanien. Keeper würde ich sogar mitnehmen, eigentlich. Aber ich will keinen Keeper. Okay. Verteidigung. Ist nichts. Wir gehen rein, Chat. Stürmer. Es ist kein Spanien. Okay. Oh. Mittelfeld. I2, kein deutscher Chat. Kein Deutschland. Portugal kann noch, es kann noch, es kann noch Figo sein. Kein Portugal. Klövert, safe. Er hört mal auf, damit ist kein Klövert. I, V, Raikard oder Kürmann. Oh mein Gott. Ah, nee, nee, es war Frankreich, sorry. PT. DM. PT habe ich. RM gibt es kein. ZM lasse ich erstmal weg. LM. Pires oder Ribarie, Digger. Okay, kein LM. ZDUM lasse ich. MS lasse ich. Obwohl ich mal MS einfach. Okay. Ah, Bruder, was ist das? Scheiß drauf, Bruder. Ah, Bruder, scheiß drauf. Ah, nein, ganz ehrlich, Digger. Ganz ehrlich, Bruder. Ich habe gar keinen Sinn mehr. Bruder, es ist mein dritter Dresge. Es ist mein dritter Dresge. Okay, Chat. Warte, wir haben 1,1 Millionen auf der RTG. Hier nochmal ein bisschen Futter. Also, wenn wir hier die ganzen Spiele nochmal verkaufen, sind wir bestimmt bei 1,2 Millionen. Und wenn wir uns erstmal mein Team ein bisschen geändert haben. Und zwar sieht mein RTG-Team jetzt gerade so aus. Puteas zugelegt ins Mittelfeld. Nuno Mendes Evo ist jetzt auch fertig. Van Dijk natürlich vorletztes Mal. Ansu Fah-Team Sturm für die Außen-Dorkenstelle. Mein Stürmer, Stürmer. Aber ich finde Mittelfeld sieht 10 von 10 aus. Zwei komplette Allrounder. Puteas auch Allrounder mit dem Drang nach vorne. Ich finde, das sieht 10 von 10 aus. Meine Verteidigung auch sehr, sehr sexy. Das ist eine RTG. Weil es wird nur Weekend League gespielt. Und immer Packs geöffnet. Das war's. Weekend League Packs. Als ich ganz ehrlich darf, ist nur WL gespielt. Und Team ist 10 von 10, sag ich.